Das hier, da... Das ist ja nicht. WM-Orakel wird dann Deutschland-Venianer und zwar sollten wir gleich mal aktivieren dass wir hier die Hausbewohner und ich bitte euch nicht aufbauen und ich guck mal was der Orakel ist. Die Zeit läuft und es geht hier bis 100 1-0 für Deutschland. Die Zeit ist noch nie abgelaufen. So ein Viertel ist es rum. Die Zeit wäre natürlich zugänglich als nur, dass wir hier klein wären. Aber die schärfen eigentlich nur die Uhr heute dazu. U2-0. WM-Orakel? WM-Orakel? Du bist in Deutschland? Es geht noch weiter. 3 zu 1. 3 zu 1. Ich bin wie vor, weißt du, nein. 3 zu 1. Oh, das hat knapp 30 Sekunden, was er dann hat. 3 zu 1. Es geht noch was. Es geht noch 20 Sekunden. 3 zu 1. Und der Tipp 3 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 3 zu 1.